Hallo und herzlich willkommen, liebe Fallout 4-Freunde. Ich bin der Zapp mit meinem Let's Play. Äh, säubere den Hof. Äh, ja, das mach ich. Äh, wir haben einen Auftrag, beziehungsweise wir haben eine Taktik. Äh, ich muss mal eben hier meinen Kollegen zu Hilfe kommen. Ähm, ich frag mal eben, was ich jetzt so machen soll, auf Grundlage unserer Taktik. Äh. Wir schaffen das, General. Ich weiß denn nicht, dass wir den ganzen Tag lang diesen Schutt durchwühlen. Ähm, ich glaube, ihr steht hier auf der Flanke. Kann das sein? Und ich muss woanders hin. Muss ich jetzt hier die Burg entdeckt. Ich muss mal eben gucken. Da oben. Guck dir da mal an. Da oben. Ja, das ist ja interessant. Ähm, ich glaube, da ist auch noch einer. Ich glaube, ich wechsel mal meine Waffe. So, dann schauen wir mal, ob wir die richtige Taktik gewählt haben. Achso, das sind die Viecher. Okay. Das sind die Viecher. Was haben wir denn da? Auch noch so ein Vieh. Ich schieß mal. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Dass wir verfolgt werden. Was war das? Die Waffe ist jetzt nicht die schnellste. Das ist nicht die schnellste Waffe. Muss ich ja mal... Ehrlicherweise... Ehrlicherweise sagen. Das ist nicht die schnellste. Okay. Was war das? Du verlierst du! Oh, das hat sicher wehgetan. So. Das Nachladen ist ein bisschen blöd. Da hinten ist nur einer. Was? Wow, ganz locker. Vielleicht kriegst du ja was, was zurückschießt. Jetzt liegt er. Die Waffe ist jetzt nicht die schnellste. Äh, hat irgendeiner was von Vorrücken gesagt? Hat irgendeiner was von Vorrücken gesagt? Wahrscheinlich. Ah, da kommt... Ah, die Viecher. Da sind kleine Viecher. Okay. Alles noch dran. Kleine Viecher kommen da raus. Habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Die auch? Verdammt. Scheint halt so, dass sie drücken. Wir müssen uns die Eier holen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken können. Meierlurks verkriechen sich gerne in alten Gebäuden. Wände sind also vermutlich voll davon. Sieht so aus. Also, wir machen das wie folgt. Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eier, die du finden kannst. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Dann mal los, General. Ja, ich komm ja schon. Äh, was hast du jetzt vor? Wir sollen hier irgendwas säubern. Okay. Sammelt ihr die Eier ein? So, die Waffe ist jetzt nicht die Beste. Ich geb's zu. Ich will auch mal da drauf schießen. Ich wechsle mal die Waffe. Die ist jetzt nicht richtig toll. So, wir nehmen mal die. Äh, was? Ach. Ach, da sind auch noch Eier. Pass auf. Oh, ja, ja. Und da hinten sind alle Eier. Kann ich jetzt da drauf schießen? Ich glaub, schießen ist besser. Schießen ist besser. So. Wer hat da hinten was? Pass auf. Okay. Hab ich das jetzt erledigt? Ich glaub, ich hab das jetzt erledigt. Aua. Lass das. Wo sind denn hier denn noch die ganzen Eier? Was gibt's doch nicht. Was? So. Dann haben wir das auch. Okay. Haben wir jetzt hier die ganzen Eier? Wer schießt denn da? Lass mich mal mitmachen. Lass mich mal mitmachen. Lass mich mal mitmachen. Sie sind überall. Ja. Ach, hier sind auch noch ganz viele Eier. Was zum Teufel war das? So, das waren die Eier. Hier sind auch noch Eier. Überall. Entschuldigung, ich kann's nicht ändern. So. Das waren die. Wer schießt denn hier noch? Warte, ich komm. Da kommen sie. Oh. Die ist aber ein bisschen größer. Die ist aber ein bisschen größer. Die ist ein bisschen größer. Ja, ist ja gut. Die Mama. Ja. Die Mama. Die Mama ärgert sich jetzt. Äh. Und die Kinder ärgern sich auch. Aua. Lass mich mal hier ein bisschen eben. Aua. Lass mich mal eben hier weg. Lass mich mal eben hier weg. Da ist die Mama noch. So, das war die Mama. Da muss ich ja auch noch zweihändig arbeiten. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Das sind aber noch viele kleine. Das sind aber auch noch viele kleine. Gibt's doch noch mehr? Dann lass mich mal weg hier. Lass mich. Äh, haben wir's? Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Boah, da war aber Fettmama sofort da. Habt ihr das gesehen? Was? Die restlichen Meier-Lurks und Eier, die ihr findet. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, dann geh mal. Mal sehen, ob noch was vom alten Sender übrig ist. Da hinten. Ich glaub's nicht, dass wir das Ding wirklich erledigt haben. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, dann schalte doch mal ein. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Nett. Aha. Schusswaffen verursachen 5% mehr Schaden. Gehen wir mit. Wer ballert denn da blöd? Was ist hier? In der Werkstatt. Äh, erstmal möchte ich mal gucken, eben, wer ballert denn hier wie blöd? Bist du das? Darf ich da auch mal draufballern? Sind schon alle kaputt? Hallo. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. So. Ich geh mal eben zu Big Mama. Hey, Big Mama. Yeah. Eine mächtige Automatikwaffe. Nehme ich auch mal mit. Okay. So. Was ist denn jetzt hier? Aktivieren. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, das hast du schon mal gesagt. Aber warum schaltest du denn das nicht ein? Komischer Kauz. Weil hier ein Schalter ist. Und nun? Aktivieren. Haben wir jetzt gemacht. Ist grün. Aktiviert. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ich weiß nicht, was hier los ist. Warum? Äh, warum? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ähm, versteht ihr hier irgendwie? Ähm, bin ich gerade, stehe ich auf dem Schlauch? Wahrscheinlich. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also der Lautsprecher muss an. So. Der ist an. Was ist hier? Was ist hier? Hm. Meine Freunde, ich stehe auf dem Schlauch. Ich hab... Moment. Was machst du denn da? Was sitzt du denn da? Militemen. Ach. Ja, natürlich nicht. Sieben, sechs. Drei. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Äh, nichts. Nicht. Äh. Aua. Was lässt das? Und die kleinen hier. Und die kleinen Viecher auch noch. Na super. Okay. So. Schlüpflinge. Schlüpflinge sind das. Dann machen wir jetzt die anderen Schlüpflinge auch mal. Ne? So. Jetzt haben wir genug Schlüpflinge. Erledigt. So, aber... Was ist mit diesem Sender auf sich hat? Ich bin da immer noch nicht so richtig hintergekommen. Pass mal auf. Werkstatt. Aha. Bestätigte Objekte prozessieren keine... Bis sie repariert wurden. Aha. 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 Okay. Pass auf. Äh. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. So, das Ding ist auf jeden Fall kaputt. Das Ding ist auf jeden Fall kaputt. So, jetzt haben wir ja erstmal hier mal einen Schrott. Okay. Dann... Gucken wir mal. Kann das sein, dass wir keine Energie haben? Energie Null. Das kann sein. Okay. So, jetzt kann ich hier was hinstellen. Und... Hier ist keine Energie dran. Seht ihr das? Ich stelle mal hier mal einfach den Generator hin. Mal so... Auf gut Glück. Auf gut Glück. So. Kabel. Da oben hin. Kabel. Da oben hin. Stromleitung. Okay. Radiosender benötigt 10. Der produziert 3. War eine super Idee von mir, fand ich. Produziert 5. Da brauche ich 2 von den Großen. Okay. Gut. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Äh... E. Falsche Taste. Falsche Taste. Falsche Taste. Falsche Taste. So. Ähm... Lagern. Ja. Den lagern wir mal ein. Den brauchen wir bestimmt noch. Produziert 5. So. Das heißt, wir brauchen 2 von den Dicken. Produziert 10. Aber den kann ich nicht bauen. Weil wir kein Alu haben. Da muss ich halt 2 kleine bauen. Ist Keramik. Boah, guck dir das an. Äh... Nein. Nein. Ja. E bauen. So. Kann ich jetzt noch einen bauen? Ja. Kann ich. Soll ich den auf die andere Seite stellen? Ich stelle den mal hier hin. E bauen. So. Okay. Und jetzt? Stromkabel verbinden. Stromkabel verbinden. Einmal hier mit. Und... Einmal hier mit. So. Und jetzt müsste das Ding doch... Jetzt müsste das Ding doch produzieren, oder? Benötigt 10. Und benötigt einen, der das... Ähm... Der das wahrscheinlich... ...in Schach hält. Hey? Minutemen. Ich schnall das nicht. Ich schnall das nicht. Warum schnall ich das nicht? So. Der ist auf grün. Und der... ...aktivieren. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ist hier auch noch... Muss ich hier auch noch was verbinden? Hier? Da? Da dran? Okay. Mach ich. Pass auf. Mach ich. So. Mach ich. Ich verbinde das von hier... ...nach da. Jetzt hat er es. Okay. Preston hat das geliebt. Ja, da freue ich mich, aber... ...dass der Preston das geliebt hat. Mal was ein... ...was ein... ...was ein Gebilde. Hey Preston, ich hab das hier in Ordnung gemacht. Wow, wir haben es wirklich geschafft. Ich hab so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minutemen back up ging. Ich... Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Was mir dabei gerade einfällt. Ich hab noch was, um das du dich da kümmern könntest. Ich hab gehört, die Leute auf der Finch Farm brauchen Hilfe. Ich denke, die Minutemen sollten sich darum kümmern. Ja. Keine Meldung. Bleib bei uns, um keine Nachrichten für die Minutemen zu verpassen. Ja, ja. Okay. Hab ich... Kann ich das Radio auch ausschalten? Ihr wisst doch. Radio macht... ...macht GEMA. Radio macht GEMA blöd. Ähm. Okay, dann werde ich jetzt erstmal hier abhauen. Warum kann ich nicht... Ihr wisst doch, Einstellung, Audio, Radio ist wieder... ist ganz runter. Musik ist ganz runter, alles ist ganz runter. Naja, dann werde ich es nachträglich rausschneiden oder rauslöschen müssen. Kann ich nicht ändern. Okay. Ähm, Kate, wir haben erstmal alles... alles in Ordnung gebracht hier. Ähm, der Sender sendet... Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Ja. Es liegen keine Meldungen vor. Passt auf euch auf, Leute. Natürlich. Wir passen auf uns auf. Lautsprecher. Dann machen wir eben was. So. Jetzt haben wir den Lautsprecher mal ausgemacht. Ähm, was wollte ich denn noch bauen? Pass auf. Wir machen mal folgendes. Was haben wir denn hier? Was fehlt noch? Es fehlt Essen. Es fehlt Wasser. Es fehlt Energie. Logischerweise. Äh, es fehlt Schutz. Nur Betten haben wir genug. Nur Betten haben wir genug. Okay. Was machen wir denn? Ähm, sollen wir diesen Stützpunkt hier auch aufbauen? Dann müssen wir erstmal gucken, wo ist Wasser? Dann müssen wir mal gucken, wo ist Wasser? Och, da. Hier haben wir Wasser. Das ist toll. Dann müssten wir hier mal eine Wasseraufbereitungsanlage hinbauen. Das machen wir nochmal eben. So, pass auf. Äh, wir brauchen Energie, Schutz, Ressourcen. Sonstiges? Nee. Essen? Auch nicht. Was haben wir denn? Wasser. Genau. Wasser. Äh, wo kann ich die denn wohl hinbauen? Ich kann die überhaupt nicht bauen, weil wir keinen Stahl haben. Aha. Das ist ja toll. Naja, oder auch nicht. Ich kann die gar nicht bauen, weil wir keinen Stahl haben. Äh, okay. Wir haben keinen Stahl. Und wir brauchen für beides Stahl. Okay. Gut. Aber wir wissen schon mal Bescheid, dass, wenn wir dann Stahl haben, dass wir hier was bauen können. So, ich gehe mal eben hoch. Ich muss mich mal eben hier ein bisschen umgucken. Die Buhre. Aua. Äh, wer... Ach. Ach, hallo. Ah, hier. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wo sind denn die Viecher? Ach, ja. Darf ich auch mal auf mich rumhauen? Nee. Äh, das sollte ich jetzt so nicht machen. Das wollte ich jetzt so nicht machen. So, ich wollte eigentlich nur mit der Alltaste draufhauen. Okay. Dass da jetzt noch die Viecher sind, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. So, dann nehmen wir das nochmal mit. Was haben wir denn noch? Pass auf. Stim-Pack, aufbereitetes Wasser. Okay, dann gucken wir... Guck mal, die haben hier auch überall noch Strom verlegt. Das ist eigentlich von der Infrastruktur nicht schlecht. Ah, Fusionszellen haben wir wieder gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Wir haben Fusionszellen gefunden. Wir müssen aber damit rechnen. Ja, das ist schon, was hier vor 100 Jahren passiert ist. Ja, mich. Wir müssen damit rechnen. Siehst du? Hallo? Ach, da ist noch so ein kleines Vieh. Ich muss da auch nicht ständig mit meinem Rohr... Ich muss da auch nicht ständig mit dem Fernrohr zielen, wisst ihr? Ich kann da auch einfach so drauf schießen. So. Dann haben wir die auch. Kommt da noch einer raus? Natürlich. Da kam noch einer. So, möchte ich eigentlich meine Munition für die blöden Eier verschwenden? Und ich habe schon wieder nichts mehr. Seht ihr? So viel dann dazu. So viel dann dazu. Was habe ich denn noch? Davon habe ich noch genug. Okay. Das ist auch in Ordnung. So, da haben wir auch noch Eier. Na komm, treff schon. Okay. So, da haben wir auch noch Eier. Fusionszellen. Ich habe wieder ein paar. Ich habe wieder ein paar Fusionszellen. Dann gehen wir hier mal hin. Hier ist so gut wie... Nichts. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts mehr. Licht haben wir hier noch überall. Licht haben wir überall noch. Das ist toll. Flammenwerfer. Yeah. Coole Sache. Brennstoff für den Flammenwerfer. Ich habe einen Flammenwerfer gefunden. Okay. Gucken wir nochmal eben hier rein. Hätten wir den Eier gefunden, den Flammenwerfer. Und einen Raketenwerfer haben wir auch noch. Mit zwei Raketen. Brennstoff. Brennstoff. Schrauben ziehen. Whisky. Okay. Ist schon einiges hier. Ich verstehe diese Minutemen nicht. Warum zum Teufel sollte man einer Gruppe einfacher Farmer und Siedler kostenlos helfen? Weil sie nett sind. Weil sie unsere Hilfe brauchen. Und weil wir nicht unbedingt auf Geld angewiesen sind. Weil hier alles so zu finden ist. Gründe über Gründe, oder? Okay, dann gehen wir nochmal da rein. Dann gehen wir nochmal hier rein. War ich da oben schon? Ich glaube ja, oder? Ja, hier war ich schon. Dann hätten wir die auch erledigt. Hier ist doch Schutz. Aber wir müssen das noch zuweisen. Stimmt. Wir müssen das noch zuweisen. Rennt denn hier irgendeiner rum? Dem ich das zuweisen kann? Also wir hätten ja hier... Wir hätten ja hier... Wir hätten hier noch was. Also da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass sich das hier so... So darstellt, wie sich das dargestellt hat. Was ist das denn hier da hinten? Ein Rettungsring. Natürlich. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, warum liegen hier keine Rettungsringe? Aber jetzt haben wir es ja. Das hatte ich mich die ganze Zeit gefragt. So. Komme ich hier hoch? Ich könnte hier hochklettern, wenn ich hier ganz oben hinkomme. Ja. Ich komme da ganz oben hin. Oh, nee. Oh, die blöden Viecher. Überall sind diese blöden Viecher. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht, dass die scheiß Viecher überall hier rumkrabbeln. Da ist noch einer. Nee, er zappelt nur noch. Er zappelt nur noch. Überall sind diese scheiß Krabbelviecher. Und wieder. Überall sind diese scheiß... Mir nicht. Allmählich reicht's jetzt aber mal. Haben wir jetzt hier die Säuberungsaktion endlich mal abgeschlossen? Sollen wir da hinten nochmal drauf gehen? Oh, der ist drauf gegangen, der Minuteman. Der hat's leider nicht überlebt. Lass mich zurück, was hilfreich sein könnte. Ja. Der hat leider nicht überlebt. So, jetzt ist er da auch rum. Da ist nichts. Er hat leider nicht überlebt. Das ist blöd. Okay, dann gehen wir nochmal hier hin. Aber jetzt müssten wir eigentlich alles haben, oder? Jetzt müssten wir eigentlich alles haben. So. Jetzt haben wir aber wirklich alles. Alle Nester sind jetzt ausgerottet. Ja? Alle Nester sind jetzt wirklich ausgerottet. Gut. Ja. Was soll ich euch sagen? Alles ist prima. Wir haben leider keinen mehr. Wir müssen noch ein bisschen Rohstoffe sammeln. Und was ich auch nochmal in Erfahrung bringen möchte, ist, wie wir Handel betreiben können. Das muss ich mir aber nochmal genau durchlesen. Wir können nämlich zwischen unseren Stützpunkten, die wir aufbauen, Handel betreiben. Du bist jetzt zuständig hier für diese Funkanlage, oder? Glaube ich. Okay. Wer ist zuständig für die Funkanlage? Einschalter, Energiepilonen. Aha. Ist das das, was ich glaube? Hätten wir gar nicht diese Sachen bauen müssen? Hm. Es kann gut sein, dass wir das gar nicht hätten bauen müssen. Aber jetzt haben wir es gebaut. So, ist der jetzt an, oder? Aktivieren. Hm. Der hat aber keinen Saft. Wir können mal... Ne, wir können nichts abzweigen. Weil die beiden gerade mal ausreichend Saft generieren. Aber ich hab doch vorhin... Pass mal auf. Wir machen mal folgendes. Ich hab doch einen... Ich hab doch einen Generator. Einen kleinen. Den hab ich doch mal einfach so gebaut. Zum Spaß. Den stell ich jetzt mal hier hin. So. Und der... Könnte doch sein Kabel... Hier rüber bringen. So. Und jetzt haben wir Licht überall an. Ist schön. Das gefällt mir. So. Wir haben die Moral auf 20. Betten haben wir 5. Wir haben nichts zu essen. Aber wir brauchen da Leute für zum Essen. Wir haben nur ein Läut. Da oben seht ihr das. Ganz links. Und dieser eine Leute sitzt da blöd rum. Wir müssen erstmal ein paar andere anlocken. Hoffentlich klappt das. Auf jeden Fall haben wir jetzt Licht. Hoffentlich klappt das. Upsa. Gut. Ja. Dann war's das jetzt hier erstmal. Also, ich fühle mich jetzt so, dass ich hier alles Menschenmögliche gemacht hab. Ich hab jetzt hier alles Menschenmögliche gemacht. Ich kann sonst hier nichts mehr einsammeln. Ich hab alle Krabbelfiecher umgebracht. Ich hab Strom gemacht. Mehr kann ich nicht tun. Okay. Gut. Meine Freunde. Dann würde ich sagen, ich hab mich ja relativ, relativ, bis auf die Tatsache, dass ich das hier mit dem Strom nicht geschnallt hab, relativ elegant aus der Affäre gezogen, finde ich. Gut. In der nächsten Folge werden wir mal schauen, ob wir wieder eine nächste Quest annehmen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, wenn's euch gefallen hat. Ihr wisst Bescheid. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder drückt auf den Abo-Button. Bis dann. Euer Zapp.